Wir sind ein kleines, innovatives Unternehmen und bauen Fahrzeuge für Feuerwehr und Rettungsdienst im Bereich Kommandowagen, Mannschaftstransportfahrzeuge, Einsatzleitfahrzeuge und auch Notarztseinsatzfahrzeuge. Unser aktuelles Projekt ist ein Notarztseinsatzfahrzeug auf Basis VW T5. In diesem Fahrzeug setzen wir auch die innovative Lithium-Ionen-Technologie ein, die wesentliche Vorteile in diesem kleinen Bereich bietet. Ein wichtiger Aspekt bei dem Einbau der Lithium-Ionen-Technik ist die Gewichtsersparnis des kompletten Moduls. Wir haben also eine wesentliche Gewichtsersparnis gegenüber von herkömmlichen Bleigel-Batterien oder Bleisäure-Batterien, sodass wir also auch im Platzbereich sehr viel einsparen. Ein weiterer Vorteil bietet die Lebensdauer der Lithium-Ionen-Technik. Die Lithium-Ionen-Batterie hat ca. eine 10-fach längere Lebensdauer als die herkömmliche Bleigel- oder Bleisäure-Batterie. Ein weiterer Vorteil der Lithium-Ionen-Technik ist die schnelle Ladung der Batterie. So können wir die 100 Ampere-Stunden-Batterie in ca. einer Stunde komplett vollladen. Das hat den Vorteil für den Kunden, dass immer genügend Kapazität in der Batterie vorhanden ist, um die entsprechenden Einsätze abzuarbeiten. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018